Willkommen zurück zu Shantay Half Genie Hero und Badehaus, Badehaus, ne ne ich wollte Item laden, genau Wollte kurz in den Item laden, willkommen in meinem Laden Und zwar Wir holen uns mal diesen Feuerball Den Dreifachfeuerball sogar Oh ein Flammenwerfer, auch nicht schlecht Und jetzt reicht noch 97, dafür kann ich mir Anziehung Zieht automatisch Edelstein und Herz in deiner Nähe an Oh, das ist natürlich nicht schlecht Probiert, Rückwärtssprung Metronom Erhöht die Geschwindigkeit der Transformationstenze Okay Magisches Armband und so weiter, das kann ich jetzt erstmal nicht Gut Okay Ja Gut, man kann es eh nicht richtig sehen Erstmal die Animationen schön schneller gemacht Aber egal Wer bist du denn? Hey, Scheusekuchen, was geht? Äh, nehm mich nicht so Okay Hör mal zu, ich wollte schon immer mit meinen Brüdern zum großen Rennen Ah, die beiden waren immer völlig pleite Das große Rennen? Die Rennstrecke in Cap Custazian Bring mir zwei Tickets für das große Rennen und ich gebe dir was Schönes Hottie Wieso musst du nur so kompliziert sein? Zwei Tickets Yo Hey Mädel Twitch und Vinegar Ihr seid Ammo Barons Soldaten Keine Sorge Wir wollen keinen Ärger Wir machen gerade Fronturlaub Jedes Mal, wenn wir eine neue Station zugeteilt werden Probieren wir die örtlichen Spezialitäten, bevor die Situation unschön wird Wir haben gehört, dass das Essen hier unwiderstehlich ist Ich glaube, es gibt ein Restaurant an der Hauptstraße, aber es steht gerade in Flammen Nein, 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 nicht das Zeug Wir sind wegen den Gator Steaks hier Ich habe gehört, dass in den dunklen Höhlen von Maymate Falls eine Art Reptil lebt Zwei gut durchgebratene Gator Steaks wären perfekt Sorg dafür Du solltest sie bei großer Hitze anbraten, damit der Saft im Fleisch eingeschlossen wird Lecker Zeig mir, dass du es drauf hast und wir geben dir zusätzliche Tickets für das Rennen Ähm Das heißt Wir müssen jetzt Gator Steaks holen Ähm, die bekommen wir jetzt bei diesen Fällen Also Mermaid Fails Mermaid, äh Dingern da, so halt, ne Bei den, genau Scuttletown Mermaid Falls Ja Also müssen wir wieder zurück in diese Welt Also das Spiel sorgt selber für einen sehr hohen Wiederspielwert Also für was die Level angeht Nur was die halt anders sind Äh Wieso A? Ich dachte Egal Kann eigentlich ein Elefant unter Wasser atmen? Du hast versunkene Seelen Zwei von zehn Moment Was bist du denn für eine Meerjungfrau? Das Bäh Bäh Okay Wir gehen mal runter Nee, ernsthaft? Komme ich hier nicht hoch? Nein, da komme ich nicht hoch M-m Ist nicht gewollt Aber da darf ich lang Wieso darf ich da nicht lang? Oh, ist das jetzt dein Ernst? So, ja Verkackt Verkackt Ernst Darf ich als Elefant da runter? Nein, ich darf nicht als Elefant da runter Und wieder ein Ei So, ein bisschen rüber Hier lang Oh nein Da muss ich jetzt so rüber springen Und da komme ich auch wahrscheinlich nicht hoch, oder? War klar Naja, dann Wieder nach oben Das ist halt wieder ärgerlich, ne? Das ist ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen Dass ich dann da nicht schwimmen kann Aber gut Wenn das Spiel das so will Dann will das Spiel das so So, was habe ich denn jetzt? Feuerball, sanfte Creme Aber hier ist sonst nichts weiter, ne? Nö Affenkugel ZL und ZR Halt, warte mal Da kann ich doch Nein Ach komm Glaubt mal jetzt nicht, dass hier unten Doch, da ist was Da muss ich hin Da will ich irgendwie hin Oh oh Da lang Nein, da komme ich gar nicht lang Oh shit Ah, umsonst da runter So, hier runter Hier runter Hier und hier Verdammt, warum komme ich da nicht lang? Was brauche ich denn? Gibt es noch unter Wasser Fisch oder so, hä? Darf da echt nicht lang Wow Das war knapp Ich habe mich echt neu erwischt So, aber jetzt darf ich doch bestimmt da lang, oder? Ja, darf ich Und durch da Und wir bekommen Mehr Jungfrauen-Tanz Findest du die Fähigkeit, um dich unter Wasser frei zu bewegen? Nein Cool Jetzt bin ich eine Mermaid Jetzt habe ich wieder viele andere Möglichkeiten Das bietet sich natürlich jetzt gerade super an Ich kann nämlich hier schön lang Ah, komm Guck mal Ich kann jetzt hier überall frei rumschwimmen Und ich bekomme Galerieschlüssel Na, endlich mal einen Galerieschlüssel Oh Mist Ich muss ja hier So Was haben wir hier unten? Wir haben einen Durchgang, aber Ich kann hier unten nicht tanzen Da kann ich nichts machen Ich geh es mir jetzt gerade mal auf den Sack Oh, leck mich doch, du blödes Ding Ernsthaft Das alles für nix Und wieder nix Ach doch, dafür Versunkene Seele Drei von zehn Okay, gut Na jedenfalls etwas Jetzt vielleicht doch mal wieder Für ein bisschen Lebensenergie Zu haben So Und Keiner von euch hat Lebensenergie Okay, ich sollte hier vielleicht doch mal einsammeln Komm her, komm Ja, so ist lieb Halt Das will ich haben Oh nein Oh nein Oh Monster Ei Das ist gut Ich brauch definitiv mehr Energie Hier ist so echt Probleme So Hier hoch So Jawohl Wohl gut, ich kann ja eigentlich ein Monster einmal zu mir nehmen Dann hier hoch Und Tschüss, Madame So Aber Sie bewegt sich nicht immer ganz im Takt So Schönes Ding Nein Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal lang Ist doch irgendwas Das weiß ich doch Aber wie komm ich da hoch Ich komm da nicht hoch Naja, egal ZL Und ZL Kann ich jetzt gerade nicht aktivieren Und weiter geht es im nächsten Level Nein Halt, wartet Hier kann ich ja jetzt auch runter, ne Da darf ich nicht lang Äh, ich weiß ja noch nicht, ob das jetzt effektiv war oder nicht Ich weiß halt, hier will ich wieder runter Aber Hier bringt mich das auch nicht weiter Hier Auch nicht Oh, der war statisch geladen Deswegen Ähä Und hier gehen wir auch mal wieder runter Und gucken mal, ob wir hier irgendwas finden Ja Ja, da finden wir den da Da darf ich auch wieder nicht lang Blobfischkind Warte mal Da fällt mir gerade noch was ein, was ich machen kann Mal als Krebs runter So, hier war falsch Das kann ich nämlich dann auch noch holen Nein Oh, komm Und hier lang Und wieder als Krebs da durchgehen Komm ich dann nämlich rein Kann mir dieses Blobfischkind holen Zwei von fünf Weiß mal nicht, was es mir bringt Aber egal Jetzt hole ich mir hier oben mal ganz kurz die Energie So, tschüss So, da komme ich auch lang Aber da komme ich nicht lang Das finde ich doof Okay, damit habe ich dann alles hier entdeckt Aktuell Und hier geht es weiter So, gehe ich da jetzt mal runter Ja Moment Kann ich damit irgendwas machen? Nee, kann ich nicht Schade So, und jetzt sind wir hier Ah, das ist ja wieder was Erstmal da lang Nein, ich kann da nichts machen Gut Nein, auch da kann ich als Elefant nicht lang Schade Nee, da komme ich überall noch nicht lang Manche Sachen lassen sie mich durchgehen Ah, schade Oh, ernsthaft, ihr blöden Dinger Leck mich Danke fürs Herz Nein Ah, jetzt, 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 ähm Geil, jetzt darf ich das alles nochmal raussuchen Geht wieder genauso geil weiter Weiß nicht, ob hier unten was war oder nicht Geht ja ganz kurz runter Nee, hier war nix So, weg mit dir Wo war das hier? Weiß jetzt gerade nicht Aber irgendwo war das, wo ich hier runter konnte Ah, genau, hier war das So, komm So Und dann hier durchsliden Ja, war klar So Ihr seid mir jetzt sowas von egal War jetzt hier was Muss ich jetzt nicht mal gucken Nein Hier war was Hier von zehn, ja, das passt Und das müsste dann jetzt zwei von Fünf sein Okay So Ah, jetzt, die Frage, war da irgendwas? Ich glaube, da war nix Wird gleich weiter können So So Ihr mich auch Hier unten irgendwas Nein, da komme ich nicht ran Okay Oh Aber da ist was Wer ist das denn? Okay Komm doch nicht ran Warum nicht? Nee Und als Meerjungfrau komme ich wahrscheinlich auch nicht ran, oder? Nein, ich komme auch als Meerjungfrau nicht ran Und als Elefant Nope Okay, was immer das da für ein trauriger Fisch ist Keine Ahnung Oh, leck mich So Effin, komm mal rüber Oh, verdammt Oh, nee Oh, komm Ach, ernsthaft So, jetzt hoch da Glaub's nicht Blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das war knapp. Ach, geil. Okay, da komme ich nicht weiter. Bei dem springen wir rüber. Ey, wie schnell die gewonnen sind. Tada! Und hier auch. So, und. Ich glaube, ich setze das Tempo wieder runter. Das geht mir nämlich tierisch auf den Sack. Boah, nee, ernsthaft. So. Häffchen schön runter. Komm, komm, komm. Nein, falsch. Falsch. Juhu. Und hier auch. Ne, wartet mal. Ich mache das jetzt runter. Metronom aus. Danke. Boah, war das Metronom nervig. Ähm, wo bin ich denn jetzt lang? Weg mit dir. Tschüss. So. Nein, das da. Ja, jetzt da hoch. Ja, jetzt da hoch. Und jetzt hier hoch und... Nein. Oh, komm. Gib mir das Äffchen. So, als Affe da hoch. Na, ich hasse diese Level. Also, die Level sind echt herausfordernd. Das kann man nicht anders... Gibt's nicht. So, komm. Ja, ja, bitte. So, und mit dir weg. Wow. Danke. Ah, bei der kann man doch was kaufen, ne? Ich kann dir paar neue Moves zeigen. Mega Trang, Wiederbelebungstanz. Austausch für Magie, ein wenig Gesundheit wieder her. Auslöschen, verbraucht Magie und alle Gegner in der Nähe werden schwarze Triadentanz. Verwandle dich in Triade, um Früchte zu sammeln. Ja, komm, nehmen wir Triadentanz. Blobfisch. Verwandle dich in einen Krug voller Edelsteine und werde reich. Nein. Warte mal. Das ist ja geil. Coole Sache. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Das war einfach episch. Und jetzt schon wieder das hier. Oh, nein. Eine Orange. So, komm her. Jawohl. Ich will hier die ganzen Kristalle. Für die Kristalle und nicht sterben. Hast du irgendwas falsch verstanden? So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig an das Ganze rangehen. Ich glaube, es kommen ja auch keine Kristalle oder sowas. Jetzt muss ich einfach nur reagieren. Doch, es kommen noch welche. Kann ich die Orange jetzt essen? Ich rutsche zwar mittendrin, aber egal. Wow, 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 wow. Noch eine Orange, geil. Und rüber da. Und den da auch noch haben. Wir haben gleich schon wieder 200 voll. Wäre natürlich sehr schön. Jetzt bin ich schon wieder schneller. Ist natürlich vollkommen in Ordnung. So, und weg mit dir. Mit dir auch weg. Komm, 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 komm. Komm, komm, muss noch das Ende kommen. Oh, nein. Ernsthaft. Die müssen vor mir sein, weil wenn ich nämlich hinter denen bin, äh, wenn ich vor denen bin, treffen die später noch meinen Kopf. So. Ja, aber warum hat die Krokodile jetzt nicht bekommen? Ja, aber ich habe doch jetzt die Krokodile gar nicht. Also, irgendwie komisch, oder? Hä? Was habe ich jetzt übersehen? Es soll doch irgendwelche... Die Wüstenartler lassen häufig Monstereier fallen, aber Nagas lassen sie häufiger fallen. Dator, die einzige Kreatur dieser Art arbeitet in der Techno... für den Technobaron. Ähm... Hattest du bei der Suche nach dem dunklen Spitter Volk? Nein, natürlich nicht. Hä? Ein mächtiges Relikt wurde in der Nähe der Hauptstraße ins Meer geworfen. Da drüben ist ein Zombie. Ne, da war ich schon. Hm. Oh. Ist das Monsterei für mich? Ja. Super. Eine Fässung wird Stein für Stein gebaut. Das gleiche gilt auch für den Körper. Vergiss das nicht. Hier, eine Belohnung für deine Mühe. Ein Herzhalter. Ja, ja. Schön. Okay, Badehaus. Mal gucken. Sie kann mir immer helfen. Oh. Erfrischend. Willst du einen Tipp? Ja. Um bei deiner Aufgabe weiterzukommen, brauchst du das Affenkugelrelikt. Such die brennenden Dächer der Hauptstraße danach ab. Möchtest du noch einen Tipp? Frag nochmal. Ja, dann geht's beim nächsten Mal in die Hauptstraße. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Oh, halt da sind noch Vasen. Mit Herzen. Tschö, tschö.